Dann haben wir auch diese schönen Lüßchen, die sind auch ganz süß, also heute ist es ein bisschen laut bei uns, weil wir an der Bekaufbahn auf der Kehrstraße sind. Also diese Bluse hat so einen kleinen Kat-Tüttesee, oben schulte auch rein, unten rein geht das hier nochmal rüber, sodass die Schulze so ein bisschen bedeckt ist. Sieht auch ganz toll aus, ist auch eine Einheitsgröße und kommt auch 19,90 Euro. Die haben wir jetzt mehrmals da, weil weiß ist ja immer eine schöne Farbe, gerade für den Sommer, sieht man hier immer toll aus. Hier haben wir ein Kleid, auch sehr hübsch gearbeitet, mit diesem Überbruch im Rücken und dieser kleine Spitze vorne, eine schöne Blumenspitze ist hier vorne eingearbeitet. Weiten Träger, sodass man auch einen Behama drunter tragen kann, hier alles schön abgestuft. Und dieses Kleid ist eine Einheitsgröße und ist für 24,50 Euro. Auch hier habt ihr nochmal ein ganz lockeres Teil, also die liegen jetzt alle ein bisschen zu licht. Aber das hängt hier alles aus. Auch nochmal, das fährt richtig schön weit, das ist richtig schön luftig und locker. Das kann man auch als Kleid oder auch als Tunika tragen. Und das ist auch für 24,50 Euro. Hups, ups. Und dann noch einmal so kurz. Und dann noch einmal so kurz. Ja, mein Hotel ist Zeit. Und auch richtig schön luftig gearbeitet. Das ist auch eine Einheitsgröße, geht auch wieder ganz gut aus wie ihr seht, richtig schön duftig, auch unterlegt ist dieses Kleid, und es kommt auch 24,50 Euro. Ja, das ist ja nice, ich habe es schon gesehen. Mal sehen, wer das noch kennt, ich sage nur Lasagne. Lasagne? Ja, war sein Lieblingsessen, Garfield. Ja, der Garfield, das darf ja auch nicht stehen, 3 Viertelarm, ist auch süß gearbeitet, ist auch eine Einheitsgröße, also fängt ganz gut aus, hat auch an der Seite Schlichtsinn, ist auch ein Preis von 16,50 Euro. Ja, cool. Mal gucken, was jetzt kommt. Ein, das andere so ein Trängerschen, 24,50 Euro, aus Fiskose sind die und die sind auch alle unterlegt. Dann haben wir noch mal Köttchen, 19,90 Euro. Die Katz dürfen nicht fehlen, die sind auch mega bequem. Ja, klar. Also weil, wenn das nicht heiß ist, ihr werdet es lieben, oder, von Katz? Ganz toll. Ich habe auch noch mal eine schöne Bluse, wieder für 19,90 Euro, noch mein Weiß. Sogar Halt? Da war ganz toll.